So. Boi und dann, hau mal Macht rein. Oh, das war... Boi und dann, hau mal Macht rein. Boi und dann, hau mal Macht rein. So, jetzt sieht Boi und dann einigermaßen wieder gut aus. So, bop die mal um. Bauen die das wieder im Grimsch? So, Tung Deal. Wo ist... Ja, bald kommt die nächste Welle, aber wir stehen noch alle gut bei... fast alle gut beisammen. Ah, nur Kai zurück. Freunde, hör auf Tung Deal zu hauen. Okay. Ja, Bauen die fällt bald... fällt bald aus. Okay, Bauen die das ausgefallen, Tung Deal fällt bald aus. So. Das hat jetzt nicht viel gebracht. Okay, jetzt kommt Welle 3. Dann aktivieren wir mal wieder den Heiler. So. Töten wir die Ungefallenen. Okay, wir haben wenigstens... Wir haben wenigstens den ersten Stern hingekriegt. Wir haben wenigstens etwas. In dieser Herausforderung. So, Zeitherausforderung. In dieser Herausforderung geht es darum, mit deinen Helden möglichst schnell alle Gegner zu töten. Also, 10 Minuten oder... Ja, 10 Minuten. Wieder zwei Helden. Hm. Ja, nehmen wir wieder die beiden. Aber mit den entsprechenden Fähigkeiten. So, 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 so. Und hier genauso. Schwinger macht... Und von mir aus mal Eruption. Bei Abschirmung so gut wie gar nichts bringt eigentlich. So gut wie erledigt. Hussa! Was denn? Wo ist denn nicht? Zu einfach! Oh, ach so. Das ist... ...die falsche Fähigkeit gewesen. Du stehst da gerade recht ungünstig. Okay, du bist im Ingrimmsch. Okay, du bist im Ingrimmsch. Gewehrt! Ja, ja. Ha, ha! Und neben mir zu einfach! Oh! Au! Zu einfach! Ungewehrt! In Ordnung! So gut wie erledigt! Und jetzt? Oh! Oink, oink, kleines Schweinchen! Aber klar! Zu einfach! Was da? Wie viel kommt denn noch? Was denn? Ja? Okay, das... ...wacht irgendwie nicht so wie... ...wie geplant. Oink, oink! ...kleines Schweinchen! Ja, du! Gleich! Ich selber bin nicht mal ich! Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen! Oink, oink! Wo ist der Nächste? Und jetzt? Worm her, du! Okay. Point-Deal ist auch gleich ausgenockt. Und jetzt bleibt er mal hier schön stehen und regeneriert sich ein bisschen. So, das ist hoffentlich mal genug regeneriert gewesen. Ah, jetzt haben sie ihn umgehauen. Okay, irgendwie kriege ich das gerade hin. Ja, ist gerade irgendwie ein bisschen zäh und langweilig. Ja, doch, nein. Er hat sich ja kaum gewehrt. So schnell bin ich, mein ich. Das Problem ist, jetzt kommen wirklich alle auf einmal. Wieder mal. Vor allem sind da solche ekelhaft starken Orks dabei, wie viele Lebenspunkte. Ja, ja. Und Knockdown, oder? Ich muss nur kurz ausholen. Ja, keine, also Neustart. Ich werde jetzt einfach die eine Aufnahmesession, die Herausforderung durchprobieren. Und dann sehen wir ja mal, wie weit wir kommen. So. Schwinger. Das und das. Er greift erst mal die Flucht nach oben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, im Raum lässt sich es nämlich besser kämpfen. So gut wie erledigt. Wo ist der nächste? In Ordnung. Hier oben sind wir nämlich nicht mitten im Zentrum, wo alle Gegner spornen. Wir können in Ruhe alles leer räumen. So gut wie erledigt. Wo ist der nächste? Ein kleines Schweinchen. Ein kleines Schweinchen. Ein kleines Schweinchen. Ja, das ist. Ach. So. Bin unterwegs. Ich habe gar nicht so fest zugeschlagen. Der ist umgehauen, also machen wir ihn tot. In Ordnung. Jetzt wirkt wieder bei ihm der Ingrimsch. Okay, da kommen die Nächsten. Du machst mal deine Angriffe einfach stärker. Das war wieder die falsche Fähigkeit. Ich bin gewohnt, dass sie eigentlich auf Kuh liegen sollte, aber nicht auf Kuh liegt. Äh. Ja. Bin unterwegs. Oink oink, kleines Schweinchen. Aber klar. Wo ist der Nächste? In Ordnung. So, da in der Mitte ist der Fette gerade. So gut wie erledigt. Okay, der Fette hat uns entdeckt. In Ordnung. Oink oink, kleines Schweinchen. So, mal Abschirmung anmachen. Und jetzt? Ja, ja. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Was denn? So, der Fette muss dringend mal weg. Und was da? So, zweit kriegen wir den auch recht gut. Wo ist der Nächste unterwegs? Außer natürlich, ich hau... ... ... ... ... in den Orbit. So. Da drüben dürften noch eine ganze Menge Kocklins sozusagen. Kann das sein. So. So. Gut. Dann machen wir den mal weg. Hier kommt ein Ende. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Oh, das ist Pech für dich. Und die Nächsten. Sehr gerne. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Haha, einer weniger. Was denn? Oink oink, kleines Schweinchen. Holen wir sie mal wieder zum Beundin. Und hacken sie in Stücke. So. Und jetzt? Wo ist der Nächste? Da setzt wieder der Ingrimsch ein. Ja. Aber geh davon. Okay. Was ist? Was denn? Gah! Gah! Hm? Zu einfach. So gut wie erledigt. Du bist umgefallen. Töte den. Ja, ein weniger. Sehr gerne. Noch welche ungefallen. Dann einer weniger. Sehr schön. Und jetzt? Gah! 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 Zu einfach. Gah! So schnell bin ich mal ich. Was ist? So gut wie erledigt. Äh, Bointer. Was denn? Hm? In Ordnung. Hüah! Bin unterwegs. Oh, das ist Pech für dich. Hüah! In Ordnung. Bin unterwegs. Oh, ist denn nicht so einfach. Und wir haben sogar drei Sterne erreichen können. Hey, cool. Das beim zweiten Versuch. Gut. Bei denen gibt es sicherlich auch irgendeinen Trick. Zeitherausforderung Vulkan. Dann kommt Jagd in der Wüste und in Toboribor. Hm. Gut. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ich habe jetzt gerade nicht darauf geachtet, wie viele, was für Zeitabstände es diesmal gibt. Gisselbad oder doch lieber Gantogar. Drei Treffer. Hm. Nehmen wir gerade Gantogar. So. Tungendil kriegt... ...den Schwinger. Kriegt... ...mehr Schaden und Anführer. Du kriegst die drei. Schwinger und Abschirmung. Ein Alb und sogar ein Zwei-Nacht-Mare. Und jetzt... ...hat sich ja kaum gewährt. Das ist ein Ende. Ja. Stillmütlich. Äh. Noen gut. Abschalt für die Leitur. Der Schaden. Hochschul. Hm. Das geht noch nicht. Wie hasse ich jetzt? Das ist Pech für dich. So. Ja. Ja. Wir haben das. Zur Glück sind die Untoten. Nichts war da nicht stark. Gut. So gut wie erledigt. Äh. Komme ich an die da oben ran? Nein. Das heißt, die können frei auf uns umballern. Wie sie wollen. Werden sich hier alle verteilen. Ja, genau. Spielen wir jetzt mit dem Alp.